Die nächsten Tage sollte sich keiner mit mir treffen, denn ich mache eine Obst- und Gemüsekur. Das bedeutet, ich trinke drei Tage nur Wasser, kein Krümeltee. Warum ich das Ganze mache? Einfach für mein Gewissen, weil ich mich zu ungesund ernähre. Und das ist ein Zeichen, mach auch so eine Gemüse-Obstkur drei Tage lang, zieh's durch. Ich werde so schlechte Laune haben. Und so sieht meine Nahrung für die nächsten drei Tage aus.